oh gott oh gott wo bin ich hier hat meine kinder nicht ich war mühsam genug das ein portal zu locken vertragen das bisschen arbeit schon meine revolte anzetteln jawohl er braucht das geld bei nicht einhaltung todesstrafe alle kinder müssen arbeiten soldaten dürfen nicht angegriffen werden ich habe eine idee was wir gleich tun leute jetzt habe ich wieder escape gedrückt jetzt hier speichern ok mit der rechten maus hast du das muss ich da muss ich mich dran gewöhnen so sollen wir mal hier die blöden greifen die an kinder hände schnelles ende sage ich ja immer ok level 2 wir befreien die kinder wir sind ja gute leute so so die schaufel hier eine schaufel aufnehmen kann man dir ausstatten ist die frage gegenstände ausrüstung waffe deutsch doch ein rostiger ring wo habe ich die wo habe ich den her k ok sehr gut dann boxen wir den anderen soldaten auch noch um jetzt haben wir schon ein deutsch jetzt müssen wir eigentlich stärker sein bei einem normalen angriff 33 äh wieso treffe ich nicht treff jetzt hey was ist mit ihm los so gegen feuer licht pflanzen schotten schotten ich wollte gerade sagen 38 38 ist ok okay das fliehen kann ok oh nein ich hätte meine wache müssen aber woher hätte ich wissen sollen ihr seid seit jahren kein spieler mehr hier gewesen und jetzt kinder da haben wir noch hier irgendwas mal den blöden der feiert mich bestimmt jetzt ich wollte gerade einmal den heiltrank nehmen ich habe hier noch einen hund wüstung quest gegenstände rucksack sehr leckere süßigkeit stellt 10 mp wieder her ja feiertrank 250 das ist eigentlich ok wir feiten den jetzt mir egal black friday ok also ich habe sie jetzt ich habe sie befreit das hier reißen wir mal ab und jetzt hau mal hier einfach ab da habe ich jetzt die kinder befreit ich habe einen hohen hau 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 das hohen hier unten das hohen hatte ich vorhin das hohen hatte ich vorhin einen paying k wie viel silberg havia mancida gibt es zehn das ist jetzt schon die dritte so was haben wir hier angriff level pder maus macht leider keinen schaden ich habe irgendwie angst das war ein hut statt wenn die schlange so hallo ich habe den huhn gefangen ich habe das huhn jetzt zum schlachten freigegeben ok erhungenschaft freigeschaltet chicken friend ja die man gerade gucken ob wir hier irgendwo schlafen können da ist noch ein hund hallo hund und ich will nicht fangen was mit ihm hier auch nichts da kann ich hier irgendwo schlafen ähnlichkeiten job spiel beenden wollen wir ja alles nicht hier ist der opa am angeln in diesem berg könnt ihr besondere fische des echtzeit modus fangen sie sehen nicht nur das auch ein bild fische sie haben auch andere eigenschaften ok also also mir gefällt das dass es hier so in zwei welten spielt quasi gegenstände schild upgrade einfacher schild geht nicht ausrüsten ausrüsten einfacher schild schule aber hatte ich nicht gerade eben noch ein hut gefunden oder so moderner hut doch eine wohltat für jeden kopf ok kann ich aber anscheinend auch nicht anlegen alle stufe 5 so kann nicht einer erzählen was jemand denn soll bist du hier ist ein was hat er das ist aber teuer an der stufe drei gute anrufe 5000 ok auch noch so angeln können ok hier oben war noch eine die wir uns mal angucken können und Wiegelein Das sind die doch, oder? Hm. Kannst du jetzt irgendwie unterbrechen? Hm. Oh, das war's schon. Der fahrende Endler im Dorf wird sich von einem Casino-Schüssel beschaffen. Oh ja. Okay, wenn man also gemeint ist, kriegen wir auf jeden Fall auch ein bisschen Kohle. So, was haben wir hier? Level 1 Zwerg-Söldner. So, alles, was über Level 3 ist, fighten wir nicht. So, mögt ihr Fische, dann mögt ihr sie sehr. Ihr habt keine toten Fische im Inventar. Okay, genau so ist Angelperk, den wir nicht haben. Ja, ich will eine Angel bauen. Do it yourself Angel. Die Angelerei ist ein sehr schöner Sport, damit betreiben könnte benötigtes Spitzhacke. Hm, ich brauche doch vielleicht noch die Spitzhacke. Müsste in der Kirche noch eine liegen. Alternativ könnt ihr natürlich auch einfach im Geschäft kaufen. Drei Wege um den Himmel an der Hacke zu kommen, ihr werdet schon einen finden und sobald ihr die Spitzhacke habt, kommt ihr zu mir zurück. Okay. Wo ist die Kirche? Lass uns das, was wir jetzt machen. Crazy Games. aber unser kinder counter schon bei zwei ich kriege jetzt von ihm ja auch noch ein bisschen kohle aber noch mehr bekommen angepisst wo bin ich jetzt ein geschäft in die alle da wollen wir nicht keine lust zu shoppen brauchen erst mal eine kirche ist das die kirche hier 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 komm ich nehme einfach ein bad vielleicht bringt es ja irgendwas man weiß es ja nicht genau sehr gut und gleiche karten sind tanten ganzen tag muss er tanzen der arme kerl wenn wir uns jetzt hier schon direkt wieder prügeln erstmal hier schön sachen geklaut so erschuf die welt und die welt erschuf so die schöpfung zu ihrem eigenen schöpfung so erschuf die fläche und die zeit und alles was diesen drei dimensionen unterworfen ist er kann alles erschaffen und alles zerstören er ist das alpha und das omega am anfang stammt das bewusstsein und das bewusstsein gebar die materie und die materie gebar neues bewusstsein anderes bewusstsein so sah das ich klaue hier alles vielleicht sollte ich feuer speichern bevor ich sowas tue ähm lass den clown in ruhe ok gegenstand ein süßes tierischer begleiter wir heilen uns erstmal und wir setzen mal so einen hund ein ok ok oh wie süß ok angriff ah der hund greift sogar an saugeil ok jetzt auf keinen fall sterben ok ok das war ein bisschen blöd wir nehmen noch den anderen hund der muss uns jetzt helfen also kann man die nur einmalig einsetzen ok sieht aber gut aus sieht gut aus wir boxen den einfach kaputt ok also wie viel habt ihr gesagt ihr habt 40 stunden story ok wir sind jetzt 50 minuten im game und weit davon entfernt irgendwas zu tun von der story ne ok ich kann das tun worauf ich lust habe ja ja worauf hast du denn lust war ja gar nicht so blöd ne ein strauß pflücken naja mit süß kram und tiere füttern ich glaube nicht dass das gut ist ok ach guck mal hier kann ich muss jetzt hier im dorf verteilen ist das äh ist das hier quest mäßig eintreten die 40 stunden teilen sich auf sechs kapitel wie das erste das himmel in ungefähr fünf stunden angepeilt aber man kann auch viel länger verbringen wegen vielen nebenquests ok so hier ist ein bett ich penn mal schlafen so ich bin ausgeruht das ende von soo ist nicht das ende von soo's schöpfen anfangen und ende sind zwei w-farten desselbe wir boxen die wieder ok denn das bewusst zwitterig keiner legt sich mit uns an aber gut wie leicht man sterben kann hat man ja vorhin gesehen wenn man einfach in den fluss springt voller piranjas so level 2 ich will jetzt hier mal gerade eine fähigkeit einsetzen holy shit ok das war auf jeden fall also fähigkeiten tun aber definitiv zweiten clown möchte ich empfehlen d ja das tut mir ein bisschen so ein bisschen leid tut es mir ja so leute weiter geht's um einzureden brauchst du die beute der ersten arena ok können wir machen mal hier die sidequest klappt das ist gut bestimmt irgendwas so ja an die steuer muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen also knapp nachsehen so die letzte da unten hin und dann gucken wir mal was mit der statue hier passiert es wird nix 15 holzstücke ein stück hasenfleisch und zur garnierung ein köstlichen blauen pilz ich habe vergessen wer du bist warte ich bin in der rinne bin ich einfach nur ein hintergesprächspartner Also Entertainment, mal kurz weg gucken, das dürft ihr nämlich nicht lesen. Okay, ich darf irgendeine Hexe finden. Level 3 Eis. Versuchen wir es. Wir prüfen uns einfach mit allem. Oh, 60. Aber er hat weniger Leben wie ich. Eiszapfen gefunden und ein Level aufgestiegen. Nein, kann man hier nichts dran machen? Oh. Okay, es ist ein Rätsel anscheinend. Verschwinde. So ist das Ding. Muss man die in die richtigen Reihenfolge machen? Hm. Nicht so wirklich. Okay, also hier ist die Arena. No. So.